willkommen liebe freunde ich bin liebe freunde werden wir so mit dieser stadt ein schönes mix weis wir werden gta auf multiplayer spiel also die mission weitermachen wir werden dann ein bisschen solar spiel wir werden dann auf unsere gta rps selber wir werden dann groß hat spiel und dann je nachdem wenn es von zeit ja noch passt entweder vorteil oder rafft wenn es dann so 22 uhr haben wenn man sowieso den letzten beenden neue leistung starten ich habe ein bisschen die einstellungen rumgeschraubt von gtf oder wenn wir dann dies dann live stream weil ich habe es ja gesehen bei euch ihr scheißt auf deutsch gesagt auf die videos auf gutes qualität ihr möchtet lieber verpixelt haben und solche dinger deswegen wenn wir probieren das so zu machen mit uns dabei haben die lieber torben alle das geht am telefon ja perfekt wenn ich zum telefon gehe legt auf ja das machen wir komplett ja diesmal keine hafbombe dran weiß nicht aber das auto ist schon warm gelaufen ja das was ist obwohl ich wollte ein andere auto nehmen wir nachher muss der so ist auch mal schnell weg fahren natürlich gleich auto tauschen ich gehe doch nicht mit der auto rein ich habe so kein parkplatz der ist nicht schlecht jetzt nicht schlecht die sind alle eigentlich nicht schlecht obwohl das tag ja das ist nur ein sitzer und sonst geholt da kommen immer denn da sportlich hier und schuss und der fliegt weg die sturm kippen es klappt nicht wenn du es willst den sound von der karte gefällt mir da ich kurz aber ich habe den fahr so keine kicktube ich habe den fahrzeug getroffen alles klar ja die fahrzeuge wollte sich knutschen spiletten ja top und klaus hier wieder schon guten tag willkommen in den stream natürlich auch willkommen in den spiel danke für eine kräftige super unterstützung wenn du wieder rauskommst zieh dir bitte in mein auto rein das habe ich noch nie gesehen bei gta was denn mein halbes dach ist ja das war bei dir aber bestimmt nur das musst du eben angucken das war safe real ich habe mich so hinter die brücke glitscht das gefühl mein dach schrott ist ja den ach mal reinziehen das hat schon das habe ich noch nie gehabt in gta schon alles klar merci ey du bist zu dick alter lass mich nicht mal raus hier ja oh jawohl alles klar ein bisschen essen da brauchen wir essen definitiv noch nicht einmal einen snack gegessen noch nicht einmal einen snack gegessen ja aber ich bin immer noch früh das ist blitzvoll das wird gleich richtig lustig ey am anfang easy aber so weit wir hochkommen und ich hacken muss und verteidigen muss damit es unlustig glaube ich naja das wird easy wieso unlustig naja kommen schon viele es ist schon machbar ich kann mir schon vorstellen dass wir es schaffen aber ein bisschen schwierigkeiten haben wir trotzdem glauben das ist kein pipifuck für uns wie gesagt zu anderen Sachen emergency 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 testing complete return to position das antworten aber nicht alles klar kann man loslegen wo lauf ich denn ja ich bin ich will nur die 225.000 was sie da ausgegeben auch in die mission zu starten ihr munition volle waffen 12.575 einmal ja schwere Panzerung kaufen mach mal auch kostet uns nichts einstellungen bestätigen haben wir gerade munition jawohl sagt dann bescheid dann kann ich dann auch loslegen na 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 das haben wir das haben wir das haben wir und let's go alles klar wie gesagt wir werden heute noch andere spiele spielen frag nicht wie lange wie wann ich was spiele weil das kann ich euch von vorne rausgehe ist schon so nicht sagen ja so kommen wir es lassen ne eine Million für mich und unter 80.000 für dich ja 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 25% reißt es mir so ein geier ey wenn ich nur 25% bin ja 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 deutschland das ist nicht sind die die act bereits zum spiel da braucht man kein outfit wechselt so das ist sowieso outfit sachen scheiße und das ist die gleich mit meiner auto fahren da kann ich meine die greife freigeben fahrzeug beifahrer freunde alles glaubt wir haben nicht neu starten müssen wir auch noch einen bonus bekommen japp äh nein die Seite eigentlich Ja, dann geh doch von dieser Seite rein, da kommst du drüber auch, trotzdem. Minion, wasch los! Ein bisschen schneller, heute vielleicht noch? Ah, jetzt ist mir der O. Und du? Ja. Äh, das holst du wirklich geil. Und dann wurde wir von einem Tech-Idion bezahlt, um eine Menge Daten zu bekommen, die zu einem russischen Angriff auf der IAA. Das hat uns für den IAA und der Tech-Idion verhindert, dass eine Art russische Invasion nur hier. Hä? Okay, ach so. Ja, aber wir sind gestern schon durch, bist du da vorne gefahren? Ja, stimmt. Oh, Mann, ey. Jetzt kannst du weiterfahren. Jo. Bäh! Wenn du es so überlegst, sind 4000 nichts und das Video zu überspringen. Ja, stimmt. Wird er erfahren. Ja. Könntest du fahren? Ja, ich fahre. Okay. Geh weg. Ah, da ist die Weizen-Farm, ne? Ne, Tomaten-Farm ist hier. Stimmt. Die Weizen fahren mich schon ein bisschen weiter hinten, nach die Äußer. Ja. Ich fahre. 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 Ja, dann fährt er voll ins Wasser rein. Alles klar, Sonnen passt. Ich warte was sagen. ja mit dem panzerzeuge mehr zu fahren ja und spaß aber der ist voll armarschig man ist irgendwie viel schneller blinder passagier der kann nicht mehr fahren der kann nicht mehr fahren so ich muss jetzt weit denken wenn es rein theoretisch mit dem panzer irgendwo ans strand fährt und da menschen lang schwimmen was passiert wenn du mit dem stromding in das wasser reinballer sterben die wegen dem stromschauber was er leitet nee oder soweit ist glaube ich nicht anders einfach gerammt ja weiß ich nicht keine ahnung kann ich ja nicht sagen aber ich glaube nicht hatte mir auch nicht vorstellen das finde ich schon lustig ja lustig wäre es aber so weit sind sie doch noch lange nicht wäre er rundet man kennt es genau wollten mal kreuzung ja müssen wir machen ja und ab geht die party ja 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 Die Tür zu der Launchfacilite ist jetzt öffnet. Du hast nur ein kleines Fenster. Du kommst auf der Entrance. Geht in, bevor sie es für gut sälen. Hallo Simon, wunderschönen guten Tag. Willkommen in Swim. Hallöchen, wie gehts? Willkommen im Swim! Hi, na? Hi, Servus. Ne, wir waren's nicht. Auch nicht viel. Du Graeber, da strömt ich ein bisschen auf. Oder das ist mein Hinterland-Keraden. Das ist einfach Merlin, oder? Das sag ich jetzt nicht. Warte, das Game ist immer noch verdammt laut, ne? Ist das GTA oder 5M oder 5M? Online. 5M kommt später. So, so, noch ein bisschen runter gemacht, Freunde. Ne? 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 Da haben wir ja schon. Erschlossen. Boah, Alter. So, voraus und halb geht die Party. Mal was platt. Geht? Ne? 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 Was? Der steht vor mir und er kann nicht mehr schießen in diesen Sack, weißt du? Das ist los bei dir. Sorry. Was ist gut? Hast du der bei hinten dickisch hinten rechts? Nein. Ja. Doch, den hab ich eigentlich. Also einen hab ich da erledigt. Okay, der ist schon noch einen. Ja, der steht gleich wieder auf. Out. Ja, jo, bin ein weiter. Ganz hinten rechts noch einer, den hab ich gleich, wenn er piekt. Mal ein Pieck. Hier geh ich nicht da an. Liegt auf dem Boden grad. Wieder auf dem Boden. Seid auf. Einen hab ich. Alles klar. Na dann. Komm her du dicker Mann. Bereit? Jo. Er kommt? Ja ja, soll er kommen. Lange hat er nicht gelebt, du. Ich liebe die Waffe, Alter. Hinten ist einer an den Kisten, achten rechte Seite. Krieg auf den Boden. Down. Hast du? Der hinter ist Down. Auch Down. Nice. Let's go. There is a fort in the tunnel up ahead. Split into two teams and clean out a tunnel each. Wipe out his supplies. Leave no trace. Come on. D1. Go. Hinten ist zögerlich. Die gegen den Boden. G Oke. Die gegen den Boden. Hinten ist nur auf dem Boden. Gefache, Hinten ist nicht leid. A.I. ist so clever, warum braucht man diese Goons? Liquidize them! Fall of the A.I.L. there. The best thing we can do is kill most of humanity. It's really obvious, when you look at things objectively... I think you might be able to take care of them. It looks very natural. It is. It's a natural system of hair replacement. Let's clean them out of here. Come on! I go out and I'll be shot from behind, there's no one there. Yes, now there's one. You got it! Now find another box! Good work! Come on! I'm not sure how to run away. Come here the other? What the thing is coming? I don't see how many people are coming from here. How many people are coming from here? I don't. How many people are coming from here? I'm still yelling into the ground. That's what makes me think I got back to. One behind. ja bei mir wieder ich komme also ich bin fast durch komme zu dir also von dir ich komme dir entgegen von hier andersrum also kann ich mache es nicht weil danach schon vorne und hinten ich mache es ich komme doch das muss nur kurz was trinken weil ich verstehe es jetzt dann warte ich ja diesmal waren es mehr die von hinten kam oder ja gefühl kein ende noch einer von hinten legt mich der mars ich komme da hier gerade komfort kommt voran alter durch jodoladen willkommen was geht ab jodoladen wunderschönen tagen willkommen im stream hallöchen noch einer legt mich doch ich mach zwei schritte nach vorne und sechs nach hinten alter ich gleich lauf meiner seite wieder zurück dann nehme ich die von hinten alles gut dann lauf ich mit dir mit jetzt dann kannst du nach vorne nicht arbeiten ich war der hinteren ich sehe es ja auf der minimap das nehmen wir kein ende hast du einen dauernd gehst nach vorne kommen wieder einer von hinten und du legst auf wieder zuschrauben jetzt kommt der genie da hinten da kommt noch einer von hinten pass auf alter alles gut ich sprinte alles gut ich hab deinen arsch jetzt kannst du dich vorarbeiten ich hab da jetzt wieder der eine idiot hinter die schätze säule aber das ist mir die soll egal wir schon das sind die luft jagen der von hinten nachschauen ist ne ne der kommt noch nicht ja der hat auf mich geschossen alter was wird bei dir niemand zu sehen das ist der vordermann ok der in die scheiß säule warte ich hab den nice gut alles klar alle da unten alles klar alle da unten alles klar alle da unten nachladen nachladen ich hab ihn ich hab ihn auch alles klar jetzt haben wir die jackanox ja 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 na na wir schaffen das ist wir fahren zur kiste achtung ja aber wenn du mir die ganze zeit vor meine nase rennst dann kann ich nicht schießen der erste kommt weil kommen und einer rennt vor heute der hat mir aber richtig getroffen warte mal kurz ah der erste ist aber viel los alles klar wo ist die berät weil ich für die spielen der speziell ich habe noch so muss uns da konzentrieren meine solle sind nicht so auf der live chat achte aber ihr da steht hinter die scheiß mauer alles klar dann hallo wo bist du da vorne bei der darin auch sind dann perfekt die mama noch also scheint er gut zu sagen Bei mir, dann ist er der Klin. Bei mir auch. Alles klar. Alter, ich bleib überall hängen grad hier. Was ist da los? Warte mal, dann hol ich hier so. Hast du? Ja, aber weil du mich nach vorne geschoben hast, hab ich einen auf die Fresse gekriegt. Sorry. Kein Problem. Hab ja noch Snacks. Ein Link ist da, rechte auch. Alles klar. Easy peasy durchgekommen. Oh, das hat schon mal gut funktioniert. Bin auch Full HP. Ich auch. Bisher keinen Snack verbraucht. Paulus Gamer, wunderschöne Tag bekommen Stream. Hallöchen, wie geht's? Das Fenster kann man auch nicht überspringen, ne? Nein. Jetzt sagt er bleeeeeeee. Es geht um deine 900.000, ne? Torben, wenn wir das schaffen. Bis her sind sie ganz gut da. Ja. Kills laufen, bis her haben die Ärmer gestorben, so ist das. Wulah, sag ich doch. Wulah. Okay, warte, nicht aufmachen. Nein, nein, ich geh nur an den Rand. Alles klar, Deppi, stopp. Launch, Protokoll aktiviert. 20 Minuten bis Missile launch. Hinten, rechts, down. Komm, steh auf, Männchen. Oh, das ist auch da. Okay, ganz hinten, down. Die Entdeckung. Von unten. Hinten, burned off in a nuclear holocaust. Hinten, down. 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 Pass auf. Bei mir ist irgendwas hinter mir. Hinten, bis hier. Beide links down. Down. Hinten, down. Hinten, down. Alles klar, weiter. Was hat er da gekommen? Oh, ist er schon da oder was? Ja. Hinten, nicht runterkommen. Hinten, hab ihn. Alles klar, los geht's. Du, du checken. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Bin dran. Oh. Computer. Plug it in. Clifford has the network jammed up, so the only override to launch will be the PDPC's hardware keys, which we don't have. But maybe we do. Whoa. Plug in your machine. Also mein Name heute, ne? Wahrscheinlich, weil ich kalte Hände hab. Keine Ahnung. Treffen nichts. Da kommt noch mal einer. Komm her. Ja. Kurz, wenn du fertig bist, das bescheid, ne? Ejo. Die alten auch viel aus. Ey, Mann. Geh down jetzt. Ja, nicht nur schwätzen. Zeig dich. You inbreded asshole. Bin gleich fertig. Alles klar. Ungefähr noch 10 Sekunden. Ja. Wenn du fertig bist, lauf kurz hinten. Jo. Wo kann ich? Ich lauf dann gleich nach hinten. Alles klar. Lauf bei mir hinten. Oh fuck, komm ich weg. Komm bei mir hinten. Ja. Ich komm, ja. Oh mein Gott. So. Bin in Deckung. Ich hab rechte Seite. Alle da unten rechte Seite. Linke Seite hab ich auch gleich so weit. Leute, ich hab genug Munition hier, euch alle auseinander zu nehmen. Kein Problem für mich hier. Welche Seite kommt nicht einer bei mir? Ja. Ist down. So, welchen müssen wir jetzt? Nach ganz drüben, ne? Ja. Oh fuck, ich lauf am besten bei mir auf meiner Seite ganz rechts rum, ne? Ja, sobald du es geklärt hast, da kommt noch einer. Und jetzt durchdrehen, sobald er down ist. Warte. 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 Ich bin gleich drauf. Barte. Bin dran. Ne. Ah fuck, das war falsch. Ah. Hier muss ich hin. Hier muss ich hier schon mal pflegen. Alles gut. Ich bin dran. Scheiß Glas hier Weck mich nur auf Kleiner Alunke, Alter Ich bin gleich durch Soll ich? Ja, wenn du fertig bist du gleich auf deine linke Seite rein Yo, check Ich bin durch Und schnell weg 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 weg, zu mir 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 Hinter die Mauer Bin dran Ich hab rechte Seite wieder Da müssen wir jetzt hin Wieder hinten rechts Okay Da müssen wir aber nur ein nach rechts Wir müssen nicht ganz frei laufen Rechts seid bei mir grad hier Gehen wir mir auch gleich durch Absolutly not Call me sir Yes sir I like that You can always be dead to me Ever Ich hab den noch von meiner rechten Wenn du jetzt durch hast Ich bin durch theoretisch Ja warte es kommt noch einer Kleinen Moment noch Ach, da muss ich gleich schon los rennen Die einen lass ich noch kommen Der brauche noch kleine Momente Kommt auch gleich Wir sehen schon auf der Minimam Na, du komm Wenn du den down hast Wenn du den down hast, rennen wir Wenn du den down hast, rennen wir Wenn du den down hast, rennen wir Ja Ja Jetzt kommt der Warte Er ist down Komm, komm, komm Let's go Let's go Renn, 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 renn Renn, renn, renn Ich bin dran Alles klar Ich bin da Wenn du dann wieder fertig bist, wieder hinter mir Ja, check Check Oh, langsam wird dich warm wieder da Das ist gut Ich bin gleich fertig, vor 10 Sekunden Und ich bin gleich down Nein, ich bin gleich fertig Warte, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig Lass mich kurz heilen Alles klappt, kann schon Kann, gut Wurde ich jetzt wieder zielen Jo, bin durch Komm hier auf deine Seite Und da, wo ich immer hingehe Aua, 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 aua Geh mal kurz, damit die Waffe wechseln kann. Jo. Oh, an die Tasche, ey. Hast du? Ich schau kurz, wo wir hin müssen, ich glaube, wir müssen wieder Dreieck laufen, netz. Ja. Geh mal am besten bei mir dann lang, oder? Ja. Bei dir? Ja, bei mir, let's go. Dann geh, 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 ich tue sie kurz auf den Boden schießen wieder. Alles klar, weiter. Let's go. Auf, lauf, lauf, laauf, laulalalalalalalal. Grerrr. ganz kurz was ist denn schnell aber wir mussten nur den ecken und dann sind wir durch aber durch das ist nicht mehr viel aber das ohne zu stellen geschafft da kam raus mit dem ich leben wir dir voll oder war bei mir fast vorher alles klar lieber fast voll was komplett gar nichts wo du einen schuss kriegst du bist auch ich habe fast nichts abbekommen alles gut ja sowieso wenn du das ding hacken tust er wenig freunde hier sind alles auf die fixiert noch mal um lenken wieder auf da hat doch kein frosch bei eingrads hacken der ist sauschwer ich komme kaum an den ran gleich durch da muss klar enten gehen durch und gleich hinter den rekord ich bin safe alles klar jetzt muss ich nur erledigen dann sind wir durch meine rechte seite bin ich habe alle bei dir fast jawohl erklärt alter was da los und jetzt zu zweit ne so muss das legt mich am arsch alter dem place da die leute sagen zu zweit ist es unmöglich außer man ist ein modder ne ist möglich da muss man wissen wie aua was war das leute leute sorry dass ich gerade nicht so hardcore auf den chat ich nehme c und d ja bei mir steht immer gut da aber ich gebe c und d ach so ja es ist dieses satellit was auch dem bunker auch hast welche nimmst du noch mal c und d du nimmst a und b a und b ist dein c und d ist meint mit dem mausrad kann schon ranzoomen weg das hatte ich so langsam ohne witz alter ja glückwunsch wurde eine 900.000 leichte verdientes geld ja noch nicht noch nicht fast eine million der schrift ist ja unter uns jetzt ich bin immer noch gebannt in ffm ja da musst du warten dass du hast gesagt 14 tage musst du die 14 tage nicht mehr warten also den support geschrieben wie sowieso warum betkopf ich bin immer noch nicht ich bin immer noch nicht die ich begrüßt habe aber er hat mich gekriegt da muss ich es voll konzentriert sein meine bin ich durch ja meine auch nicht mal hinkern tunel fest alles klar er fährt doch langsam mal sonst irgendwas mein gott mach ich denn jetzt komm raus hier ach hab ich alles klar euch mitbekommen jetzt muss man wieder treppe runter jetzt kommen noch den ein bisschen leichtere teil aber trotzdem nervig oh 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 nein au ich bin runter gesprungen ich wollte abkürzen naja wenn du das kannst kann ich jetzt auch moin oh ich glaube ich schieß vorseit hier einen hab ich zwei hab ich ja drei hab ich da hinten irgendwo rechts ist noch einer gewesen ja rechtssicher glatt nach so warte mal hier oh kurz der prozess hier machen komm raus hab ihn hat oben gepiekt in ja 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 es noch jemand kommt Ja wohl, da war noch jemand Danke sehr Ja wohl Hey D, stop that geek with a makeover now! Nice You can't stop, bro! I'm the theater! I'm a title wave of tsunamis! I can't stop! Clifford can't stop! Also schon noch daneben schießen, alter schämt dich, alter! So, get packs and chase that little snut! Das war's du JITPACK! Uiiiiiii Das soll man wie in Flugzeug noch mal, oder? Äh, ja Gut Gleich geh, damit er da die Dinger reingeht, sonst ist scheiß zu steuern Ja, check Dann hinterher Boah, wir haben beinahe an Heli vorbeigeschossen Ja, ich will das Ding haben, bevor der abhaut Die Hubschrauber sind mir grad relativ egal Blast, blast, blast! Hat'n Hit Hab ihn alles klar jetzt aber das war es leichtes verdientes geld freunde nicht nur halbe stunde kommt in der leitschirmlaufzeit 46 minuten aber trotzdem sterben so viele leute immer zu zweit nur mit dem mord hat es schaffen aber der sonne mord oder sonstiges geschafft aber dk wunderschöne tagen kommen mein lieber freund fast der name nicht auftauchen sollte wenn du abonniert hast dann liegt es daran dass du dein youtube profil auf privat hast und was es so sein solltest du wirklich abonniert hast dann vielfältige super unterstützung mal lieber willkommen bei der creeper army was ist so sein sollte jetzt land im bier land im bier die tinger sind aber la masche zum landen wo lande ich denn überhaupt naja steht der steht was immer durch alter sehr schön amerika eins wie kommen wir die creeper army mein freund ein edelmann ein mann ein wort muss ich sagen vielen davor in dank für deine kräftige super unterstützung vielen dank für den abbau jetzt wenn du den boss sehen kannst du sie wissen dass das alles mein masterplan und ich soll dir eine promotion machen nein 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 wir sollten dich aufbauen Du, dass ich frühe? Oh, shut up! Mr. Kress. Mr. Kress, der Regierung hat dir eine große Entschuldigung. Oh, und wir werden auch alle diese Anwendungen auf deinem Rekord geben. Nein, nicht genau. Clifford? Oh, Clifford. Es wird sein, wie er nie existiert. Er wird wahrscheinlich sein, und er hat sich auf Call-Center-Software oder GPS für Skateboards. Danke, all of you. The world... The world owes you a massive favor. Oh, ähm... Well, we like cash. Entstanden? Oh, und äh... Those were all innocent mistakes, so let's just make sure the record says that. Thank you. There will be no record. Fourteen? Mrs. Rackmann? You brought Avon to the government. And these guys... And these guys... If I can, I will fire you. I'm protected class. Vielen Dank, man. Vielen, vielen, vielen Dank. Da ist der Support wieder am Start, Freunde. Mr. Kress, we'll send you the money. Thank you. Wir wollen Geld. Weniger Gelaber hier. Ohne Witz, ey. Wir waren vielleicht nicht schnell, dass wir einen Extra-Bonus kriegen, aber trotzdem, Alter. Ja. Keine Neustart. Keine Verluste von uns. Ja, das ist der Punkt. Klar, wenn wir irgendwie durchrennen können, wir hoffen, dass wir überleben, aber so haben wir safe gespielt, und so haben wir kein Teamleben verloren. So muss das doch. Ja. Nur durch die Gegenden rennen, das ist ja auch keinen Sinn davon. So kriegen wir ein bisschen mehr Bonus raus, Freunde. Genau so sieht's aus. Ich würde überhaupt, das sind über 100.000 Bonus. Aber, äh, das ist auch ziemlich Spaß. Wenn wir auf, also wenn wir über 100.000 Bonus kriegen, dann kriegst du eine Million schon vor die Mission, Alter. Ja. Ich denke, dass wir schon über 100 bekommen sollten, Alter. Ah, guck mal. Gute Arbeit, Bro. Gute Arbeit. Gute gehackt. Ich bin angeschossen worden. Scheiß drauf. Ich kaufe immer ein neues Leben. Hahaha. 3 bestanden. Was? Ich hab die ganze Kills gemacht. Huh. Mögliche verdienen. Ja, und? Warte, ey. Unter 30 Minuten, das ist uns egal. Ja. Das wird geil, oder? Komm. Ding. 0x wegschlagen. Jo, 150. Kopfschüsse. Ja, wir haben unter 20 Kopfschüsse von 150. Komm schon. Oh, mach hoch das Ding. Kein Bonus, Alter! Hä? Was war das denn? Kein Bonus? Haben wir alles und sonst gemacht? Wie kein Bonus? Endurozido! Wunderschöne, willkommen im Stream. Was war los? Wieso hast du eine Nachricht zurückgezogen? Er hat geschrieben, er hat abonniert. Aber hat sie wieder zurückgezogen. Ach so. Okay. Das gibt ja nicht mehr. Äh, aber, äh, DK1. Das bedeutet nicht, dass die Leute abonnieren und gleich einen Moderator bekommen. Das bekommt keiner. Man muss aktiv sein. Ich muss ja wissen, wie er reagiert, wenn Nachrichten kommen, wie der antwortet auf derjenige und sowas. Er ist eigentlich mein Moderator. Und was sagt dein Kontostand? Reicher. Ja, Reicher. Hä? Mein GTA ist gecrashed. Ja, meiner auch. Ich will dir nochmal ein bisschen zuhören. Ah ja, klar. Wieso ist er gecrashed, Alter? Was? Er hat mit dem Auto, äh, wurde unerwartete, äh, unerwartete Beende. Ich bin das Geld jetzt weg. Ich raste aus, nicht? Ich auch. Ich auch, Alter. Komm schon jetzt. Aber wenn wir alles nochmal von vorne... Ne, ne. Ach so, ja. Das, ähm, Ding ist da, ne? Das spechert ja fast jede Stunde ab, oder? Ne, ich weiß es nicht. Dann müssen wir das nochmal machen, Dinger. Ich dienste Legit. Ich sag's dir. Wieso sollte ihr das, jede Stunde abbrechen, oder abkacken, denn, Saver? Was ist los bei denen? Ist so. Ja. Okay, das Problem war schon bei der einen oder anderen Mission auch, dass es einfach, äh, crash das Game. Oh, du willst doch auch ganz normal los, weil wir mal crashen oder sowas? Ja, aber das, äh, das Geld einfach trotzdem. Weil wir nicht Mitte der Mission abgekackt ist. Boah, stell dir mal vor, so ganz, ganz knapp vorm Ende und dann, äh, crash auf Bruder. Ja. Jetzt gucken wir mal. Weißt du, ich drücke auf Y und gucke, wie viel Geld ich dabei habe, damit ich gleich auch den Konto überweisen kann. Ja, ich bin gerade auf Handy gegangen, ja. Ja, das war das, weil wir das Handy benutzen wollten. Ja, safe. Und jetzt, im Moment, ich drücke hoch, dass das Handy sich öffnet, crash, sehen wir so, what? Ich habe nur die ganze Mission von dem Spielcasino, ne? Von dem Casino-Oberfall und dies da so nennen ist. Also, Mission, aber, pff, tonweise, Freunde, ne? Was war da, eine Kohleannahme haben, ne? Also, an Kohle, äh, wird uns da, äh, niemals fehlen. Jetzt gerade irgendwie nicht ein, dass wir keinen Bonus bekommen haben, dafür, dass wir nicht glauben sind. Frechheit, ey. Ja, weil andere Missionen kriegst du ständige Bonus? Ihr nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hab genug Geld gekriegt, brauchte kein Bonus. Ach so. Ey, Kriba. Ja, hier. Ich kann nicht zu dir, ich kann nicht zu dir spielen. Ja, kannst du nicht zu mir springen, weil ich grad, äh, wenn wir, wenn uns das Game gecrashed ist, du musst ja nicht schon mal das, äh, das Game neu starten. Ich bin grad auf Single. Aber ich weiß nicht, ob du Gio richtig gestanden hast. Wie viele Leute es sind? Schaut, wie aktiv man ist und wie man sich verhält und danach, äh, verteilt der Moderator. Nicht, ob du's eine Stunde probieren kannst. Weil es gibt Kandidaten, äh, die schon, äh, vorgekommen sind, die Scheiße geschrieben haben oder richtig aggressiv waren. Und genau da, äh, äh, interessiert mich auch, da, äh, wie der, äh, der eine oder andere reagiert und wie der eine antwortet, weißt du? Weil ein Moderator muss ja, äh, äh, sich beäschen können, die Situation checken, richtig antworten und da unter Umständen, wenn man Moderatorrechte hat, die Nachricht auch löschen oder entscheiden selber, ob derjenige von dem Kanal, äh, geblockt wird oder nicht. Weißt du, was ich mein? Ja, MazzoccaTV! Wunderschöne, guten Tag und willkommen im Stream! Danke für die richtige, super Unterstützung! Was ist los? Fr, 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 äh, äh, de, 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 de. Ja, wunderschöne, guten Tag und willkommen im Stream! Hanlöchelt! Sorry, falls ich den Namen, äh, falsch ausgesprochen habe. Tut's mir leid, nehmen's mir bitte nicht übel. Was ist das? Das ist GTA. Das ist GTA 5. Wir spielen grad auf Multiplayer, ein bisschen Kohle zu machen. Also, grad haben wir eine Weltuntergangsmission gemacht, zu zweit, ohne zu sterben. Einmal frei gelaufen. Äh, ich hab 300.000 gekriegt. Unser lieber Torben hat 900.000 verdient. Und nachher, wenn wir... Ja, kein Problem. Du brauchst ja die Kohle, ich nicht? Ich hab noch jetzt mittlerweile wieder 10 Millionen, glaub ich, jetzt mit der Kohle. Ähm... Trotzdem selbstverständlich. Ja, klar. Äh, und... Ja, wir werden nachher... Wenn wir keinen Bock mehr haben, auf Multiplayer ein bisschen Zulass spielen. Dann geben wir auf unsere eigene RP-Saver. Auch was GTA betrifft. Und ja... Mal gucken, welche Lobby ich lande. Lande? Ja, Siru! Ja, Siru! Hallo! Nicht mehr da. Hä? Äh... Wie viele Leute sind in deinem Lobby? Äh... Meiner? Ja. Ja. Mit dem ist es noch gar schön sein. Du brauchst das jetzt nicht so lange probieren, dass du dir einen Moderator gibst. Das äh... Kannst du über Wochen machen. Also das hilft dir jetzt nicht, wenn du das jetzt 2 Stunden machst, kriegst du Mod. Man muss aktiv sein. Ich hatte mal einer... Aktiv sein, immer dabei sein und nett sein. Also das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich. Ich hatte mal einer, der wollte äh... Moderator werden. Der war eine Woche richtig aktiv. Dann hat er seine Moderator-Richte gehabt. Und da war ein Monat nicht mehr da. Also... Pfff... Toten Moderator... Mh... Braucht keine Sau. Auf Deutsch gesagt, Freunde. Genau wie tot Abonnenten. Das ist äh... Lieber habe ich nur 10 Abonnenten. Und alles, die sind aktiv. Anstatt 3... 3... 4.000 Abonnenten haben. Und davon nur 10% aktiv sind. Habe ich meine Kolle gekriegt? Ich glaube... Ich habe ein Auto gefunden für mich. Seid richtig. Ein Video-Auto. Seid gerade für mich. Ja, die Kolle haben wir gekriegt. Ah, ich war kurz wieder vor 10 Millionen. Alter. Kurz vor 10 Millionen. Pfff... Belaschend. Ich muss Autoklanung verkaufen. Wo wollen wir uns treffen? 1... Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute bei mir sind. Ich will ja schon das Geld safen. Bei mir sind... 1... 2... 2... 2... 2... 3... 12 Leute mit mir 13. Zeig dir, wie viele Leute bei mir sind. Ja, bei mir sind offentliche 28. Alles klar, ich komme zu dir. Ja. Du brauchst schon nicht zähl. Wenn du einmal Y drücken durch hast, steht da oben. Ach, oh mein Gott. Ich bin... Ja, Torben ist der Held. Lämmere mich doch nicht. Ne, ich sag's nur als Hinweis, weißt du. Ja. Mann, ey. Jo, wir haben uns auf TV auch schon Bock mitzuspielen. Komm auf Teams wieder, da kann man quatschen. Das ist los bei dir. Dann kannst du mir hinterherkommen. Und so mehr, und so besser. Und so mehr Spaß haben wir, ne? Also, tu mir Torben, äh, Silo, tu mir Torben folgen. Der hat weniger, äh, Mitspieler in seinem Raum. Nur zwölf Leute. Torben? Torben? Was? Torben. Oder kannst du mir gleich hinterher folgen? Ja. Bei mir waren 28 Spieler, bei dir waren 22, bei Torben nur zwölf. Also, ja. Da muss ich mir zwischen bei Torben. Bei dir waren 22, aber ja. Ja, wenn gut. Einer mir. Ja. Das ist wichtig, ey. Das ist ja auch nicht die Welt, ne? Ja, blablabla. Ja, blablabla. Für Memme, Alter. Lass mich noch, Alter. Ich doch gar nicht. Ich muss gucken, was für kostenlose Auto noch kaufen kann, ihr. Was? Ja, ich guck mal jetzt, was für kostenlose Auto noch. Security, RCOs anmelden. Ganz wichtig. Ey, ich find das irgendwie voll komisch, weil in GTA habe ich kaum Geld. So wie Ui Life. Ui Life habe ich genauso wenig. Jawohl, jetzt guck mal auf Andy. Was für kostenlose Auto wir dann noch haben könnten, den wir noch nicht gekauft haben. Geh mal hier gucken. Alle Preise, Preise, Preise. Oh, der ist stark runtergesetzt worden. Ladevorgang. 27, blablabla. Leichenwagen, 45.000, alles klar. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Motorräder, brauche ich nicht. Ah, meine Augen. Aua, Aua, Aua. Da, Lu, Lu, La. Ja, alles klar. Hey, was? Ah, guck mal. Da, kostenloses Auto, kostenloses Auto, kostenloses Auto, kostenloses Auto. Aber die alle habe ich ja schon, Freunde. Kann ich ja jetzt. Kann ich ja jetzt. Kann ich jetzt. Kann ich ja jetzt. Nee, ne. Wie konnte, ich kann ja nichts kaufen. Ich kann ja keine Schlüssel geben. Was gab man noch? Da, wieder kostenloses Auto, kostenloses Auto, kostenloses Auto, achte ich so geil. Aber die haben wir ja schon alle in die Garage betreuen, weil sie extra so kostenlose waren. was haben wir dann noch der 12.000 weiß ich dass wir kauft solche trecks kann der buffalo s 96.000 da mann auch limousine gibt es motorräder und sonst oder so kreativt auto 5 und wirklich der pokal schließen was das für ja hatte ich auch voll da musst du komplett neu starten gta 5 genau der probleme irgendwie wahrscheinlich mit der cw oder so keine ahnung da gibt es wieder drei stunden ich liebe es ich liebe es ja da gibt es keine kostenloses auto mir scheint außer nur der eine standard das hat jeder von euch ich bin alle auf pc es geht ja fünf es gibt nur diese standard auto diese kostet dieses auto hier wo ist es wieder ich glaube ein bisschen weiter oben diejenige die es nicht wissen denke ich ja kostenlos wenn ihr zum beispiel euch bei social club anmelden tut da konnte an der auto kostenlos kriegen ja schade mal lieber brian sagen wir so bestessen zwar schön und gut aber am pc viel mehr möglichkeit und gas geht der rp zocken was auf der playstation nicht da ist das gta auf der playstation ist so groß wie am pc am pc haben wir 88 gigabyte ist es bei uns groß und klopfen wie groß ist am playstation 16 20 gigabyte maximal ungefähr ja also dann sind viele sachen was euch auf der playstation was wir am pc haben fehlen also mitarbeiter einladen oder einstellen freunde mich auch bitte ja da bist du noch nicht da ja mal zocken tv ist auch hier am stand alles klar jetzt hier auf mich verhalten ich gehe mal kurz garage anderes auto holen so ein idiot ich bin ich der hier war ein spieler der meinte er möchte unbedingt mich töten und da habe ich mir nach hauptsache mein gott fack mich doch nicht mit ihm nervt mich gerade so krank ich habe jetzt das dritte mal getötet und er darf das einfach nicht das kenne ich von dir irgendwo gleich krieg ich kenne das er geht mir so auf nerven ohne scheiß das dritte mal schon dreimal der kassiert manche leute lernen es halt nicht paar mal hin zu ihm mal gucken vielleicht merkt er ja gar nicht dass er nervt also dass er hier nicht durchkommen durch das fahrzeug das ist ein richtiger neuer spiel der einfach nur nerven will das meine ist sogar zu blöd dass endlich durchkommen was wir da gucken welches level ist der proger ein bisschen werfen von meinem kanal machen so spiel wo ist der spiel ist der proger wo ist er denn da wo ist unsere jama zocker wo ist er hat er gelassen weiß nicht der war hier im raum einer da unten am flugkaufen ist er du hast mein name falsch ausgesprochen ja tut mir leid dann also wer kommt auf den namen fr 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 dbc delitz also sorry nicht von gut man kann auch ein leichteres namen nehmen ja ein spieler ist so er nennt sich für die dd dd dann sind die wie soll man den namen ein falschen falsch ausspricht es ist gleich jetzt wo der ankommen anschlag der buddh da also verstehe es natürlich leiterin namen damit die leiter sind zum aussprechen dann passt es ja freunde also hat der aus das nur geschlagen oder was weiß ich vielleicht ist aus irgendeinem anderen land wo man so schreibt und er hat einfach nur deutsch gelernt oder sowas keine ahnung vielleicht schreiben in frankreichs oder so keine ahnung aber das soll sich da nicht beschwören wenn da den namen falsch ausgesprochen wird wasser wo ich klingt also vor ihm klingt es vielleicht leicht aber für die andere kommen ein bisschen wie zungensprecher er ist einmal irgendwie erzählt wie er es ausspricht er ist für uns auch wahrscheinlich leicht aber wenn man es nicht weiß so dann keine ahnung ja wo ich sehe man zocker tv aber da unten da kommen dann gehen wir zu ihm du mal den abholen der junge mann schreibe ihm er sollte hin zu kommen also ja man zocker tv ist er oben das ist unten oder der ist gar nicht da aber er ist im blick und freut ein bildschirm ist nicht da ich kriege erst eine zeitbildschirm nächste woche und er ist oben ja da ist noch ein treppenhaus da ist treppenhaus hinter uns direkt da kann er runter gehen oder ja da fährt der auto achso er wird der vielleicht rufe dann in der und dort Elevenin ich höre weiter hoffe ich als man da runter geht bis zu Hause ich möchte jetzt Arsch mal treffen jaizo ich komme zu sein laden wieder raus unser lieber Mann Bin ich schon bei dir drin? Ne, der ist noch nicht drin, sonst würde der orange sein. Ne, ich meine, ob ich drin bin. Ne, du bist ja schon drin. Ja, Leute, jetzt verstehe den GG. Komm, lande auf den Füßen, Alter. Hau einen Stunt her. Oh, oh, oh. Ah. Schöner Stunt, Alter. Richtiger Monster-Jump. Ich bin hier oben gefühlt noch nie. Ja, ich bin erst drin. Ich bin das erste Mal in ganz GTA, dass ich hier oben langfahre, die Straße. Ohne Witz! Ich bin immer unten rum oder sonst irgendwo. Ich bin noch nie diese komische Kurve da oben gefahren. Lol. Alles klar. Le. Spielt's hier schon, oder was? Was? Wir haben jetzt Jammerzocker-TV geholt. Au! Guck mal, da Kops sind gleich weg. Wo ist Lester? Guck mal, du brauchst jetzt gar nichts. Oh, hey. You're in trouble. Hm, okay. I'll deal with it. Was haben wir dich abholen? C, du. Ähm. Bin ich überhaupt? Weiß ich nicht. Ähm. Helfen wir uns einfach in eine komische Werkstatt, da haben wir, äh, Ben ist auch genau mit unserem Werkstatt. Was? Du bist gerade vorbei gefahren. Treppen wir uns auch einfach in Beny Werkstatt, da. Ach, das. Nehmen ihn. Sekunden da. Ah! Ach, laufen wir schöner. Was? Der ist doch noch voll gegen die Wand, aber! Alles klar! Falt nicht wegen... Leute, er muss die COS-Einladung annehmen. Da nicht treiben. Genau. Wir werden nicht wissen, wie es geht. Äh, Pfeil nach oben, Handy aufmachen. Ganz unrecht, ein schwarzes Fenster, mit einem roten Dreik und im Auge drin. Da, äh, draufgehen, auf die Einladung und dann enthalten durchsperren. Bis ihr drin seid. Dann steht oben in der Mitte, Mitarbeiter von dem und... So, ich hab's doch mal annehmen und dann... Warum bin ich hier jetzt draußen? Weil der nicht in die Fahrzeuge kam, deswegen. So, bringen wir jetzt. So, komm mal jetzt. Sag mal ein, kannst du jetzt? Ja. Hallo. Du musst den Tick noch erleben. Du musst den Tick noch erleben. Oh mein Gott, egal. Okay, Passiv-Boodles. Nein. Das will ich ja gar nicht, wenn du nützlich bist. Doch. Ne. Egal, da ist es halt wieder das Klette unnötig, Mann. Wo ist der? Äh, wie heißt der? Ihr Online. Ein Spieler. Da, Level 300er. Melden. Spielveränderung. Alles klar. Heimannot-Bahn gehört dir, mein Freund. Ich hab mein Auto geholt, mein Gepanzerdes. Wenn's in Ordnung ist oder so. So. Wo ist mein Ihr? Ja. Ja, mein Dunkel. Äh, der fährt mir da rein, Alter. Zu da. Also. Alter, wie viele Fahrzeuge hab ich da kaputt? Soll ich euch abeln? Oder? Ja, moin, Digga. Da kommt mal so ein Dings zu mir und boxt mich. Was ist das denn? Kommt da so ein... Digga, direkt hochtreten? Okay. Komm, 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 steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Wie geht denn ein? Nein! Boah, dein Ernst, Minion. Wie ist denn der CEO? Wie kann ich dich rausschmeißen? Was ist denn das? Ja, was geht? Ja, was geht? Ja, was geht, Yama. Wie kann ich dich denn wieder rausziehen, Alter? So, Yama, steig in mein Auto. Komm, komm. Lol. Hab ich mir gekauft? Wegen dem Hacker-Geld. So, genau. So ist mir egal. So, wo ist der andere? Okay, keep in touch. Hallo. Steig, 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 steig. Steig, steig. Nein, nein, warum? Gar schon Lester anrufen, Torben? Weil ich mach grad was anderes nebenbei. Mach ich. Bitte euch. Was brauche ich denn jetzt? Ist das CEO? Ne Apartment für CEO, ne? Hallo, das ist Pegasus Lifestyle Management. Wie kann ich helfen? So, schau ich mal, was das jetzt jetzt ein Apartment kostet. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest aircraft. We trust you'll be happy, Sir. Alles klar, dankeschön. Ich hab auch einen Stern. Weil du den Polizei gerammt hast. Ja, weil du den Polizei gerammt hast. Habt ihr alle CEO's Heileitung angenommen überhaupt? Nee, ich nicht. Ja, wie oft soll ich denn noch die Heileitung schicken? Ich hab schon, ungelogen, schon sechs Mal rausgeschickt. Ich hab nichts gekriegt. Ich hab nichts gekriegt. Nee, hab nichts gekriegt. Mein Idra. Ja. Ja, wo kannst du dich mal Apartment kaufen? Muss man da hinfahren oder geh jetzt irgendwo im Internet? Kannst du auch im Internet machen. Mitarbeiter einstellen. Freunde. Wie heißt die Seite im Internet? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, bei mir auch nicht. Geht nicht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ah, habste Immobilien. Ich hab immer noch ein Licht gekriegt. Was ist denn los? Von den Autos hinten hinten... Und die COST weg schon. Ja, jetzt noch nicht so viel Geld für's nicht. Warte, im Pool gehen wir im Arsch! Ah, sind los denn schon Lasseger? Oh, nichtes Wasser! Das ist so, wenn ich das kann. Pull da, Alter. Ich nehme das Haus, dann habe ich noch hunderttausend lieber. Hunderttausend kann ich dann noch investieren für ein neuer Moneter und für den nächsten ein bisschen. Da sieht mich keiner. Äh, Kriper? Ja? Ich bin, glaube ich, immer noch nicht in der Wand und habe auch nichts gekriegt von dir. Leute, kann nicht sein. Guck mal, ne Leistung. So, auf die Scheiß einladen. Ich muss gleich sofort annehmen. Nach einer Weile verschwindet der die Scheiße. Ich kann hier jetzt eine Sekunde die Scheißmenü aufmachen. Jetzt, jetzt geht's hier noch jetzt. Ich hab mal einen ganzer verletzt. Nee, da war nichts drin. Dann sehe ich denn da. Wen seh ich denn da? Hä? Ja, und? Ich sehe gepanzert. Ja, ich hole mich jetzt einfach da oben in der Dinkstraße für 800.000, die Immobilie habe ich wenigstens was vernünftiges, um 100.000 über für die nächste Mission in Munition zu kaufen. Und die nächste Dinger dann verdienen. Alter, wir waren im Rufschrauber drin. Ich. Äh, kannst du mich abholen? Äh, ja, kann ich machen. Wo bist du denn? Oder nee, äh, nee. Sonst ist mein Auto gesperrt oder so. Keine Ahnung. Ich hab nämlich vier Sterne. Vier Sterne?! Was hast du denn gemacht, ey? Ja, ich hab nur die Polizei gehabt. Das ist aber hart. Da warte ich schon auf Bunker. Mal gucken, was du kommst hier. Und dann warte ich mal gekönnen. Mach wie ein Schuss, was zu reifen. Ja, hab ich. Ich hab alles. Alles drauf. Sogar Strasburg. Alles. Wichtig. Musst du immer alles mitnehmen? Ja. Ist wichtig. Ja, Tauben. Ja. Du hast ein Apartment gekauft, ne? Wie viel Geld hast du ausgegeben? Jetzt hast du schon keine Millionen mehr, ne? Äh. Ne, aber durch das Apartment kann ich mich jetzt immer als CEO anmelden. Ah, sehr schön. Ich kann wieder 50.000 oder ein Apartment kaufen. Deswegen hab ich mir jetzt extra eins geholt. Alles gut. Weißt du, jetzt muss ich immer 50.000, da hab ich keinen Bock. So ist gut. Ja, weil jetzt gar schaut die Mission von deinem Bunker starten. Deswegen. Lass du dich jetzt vorholt. Ich schau mal, ob das ist. Die, äh. Ne, kann ich nicht, weil ich da drin bin gerade. Naja, egal. Ja, da bin ich ja bei mir gerade drin. Ich glaub, ich brauch ein bisschen Hilfe. Was denn? Ja, ich... Ja, die Polizei. Sag, wo du bist, dann hol ich dich kurz an. Ja, genau. Auf einer Straße. Ja, warte. Auf der Straße. Ja, da... Gehen wir auf Polizeijagdfreunde hier. Ja. Ja, ich bin bei. Äh, ja, Chad, da weiß ich, wo ihr seid. Ich bin da euch her. Okay. Ich fahr zur Straße. Ja, fahr am besten mal wieder ein bisschen zurück und fahrs dann von mir weg. Ich flieg gerade hinterher. Achso. Ich stück. Ich stück. Da, wo wir im Hege ist, im Daumen. Ah, da. Hier. Äh. Witz, da. Fix, kommst du da. Ja, komm zu mir. Ich land hier auf der Kreuzung. Was? Ja, wo? Wo? Kommt ihr? Hey, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, da. Wo ist das denn? Rein, einsteigen und dann flieg ich direkt weg. Ja, moin, Digga. Muss ich das machen? Ja. Wo ist das denn? Kommt rein, schnell. Ja, moin, ich bin trafen. Ja, geil. Oh. Hier ist Police. Am besten fahren. Ja. Ach, okay. Ich will wieder. Leul, ich hab eine Leuchtenpistole. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich eins habe. Aber keine Position haben wir. Ja. Wie hast du denn gemacht mit der Sternbringer? In der Ahnung. Ja, was ist das denn? Ah, ich hab den Luftschrauber hinter eure Backen. Ich nehm's euch gleich weg. Ja, bitte. Oh, wie ist das denn? Okay. Wie ist das denn? Wie ist das denn? so wir blinken doch jetzt haben wir hinter uns habt ihr waffen könnt ihr schießen ja ich habe gegräßt halt weg ist er und ich habe keine stelle mehr hier schon noch die sterne ja nicht mehr oder wenn ich dann noch nicht ab ich kann lässt hand rufen ich glaube mit dem weggezogen auf deine rechte seite bin ich ja check warum können sie alle lässer am kopf und ich nicht bringt die polizei oh leid ich komme hinterher keine sorge so weit rutsche also ich hab nur die polizei wagen gehabt so ist klar ja ist so läster aber die bullen los werden hier ausstelllose dankeschön kasch auch plötzlich die stadt wir sind auf den upschau da kannst du ja ja komm ich kann nichts markieren ach so ja warte ich habe das apartment markiert wo ich also eigentlich wollte gut jetzt kann es markieren es soll sich auf der abbaute abbaute schaut dann umodifizieren sondern ja ich wollte nur gucken wie das aussieht erst mal aber wenn du anders willst dann gehen wir erst mal woanders hin äh mission kohle machen ja normal deswegen sind ja die Leute da mach ich ein bisschen noch action und ich da rumtrudeln waschallon machen wir direkt noch einer so wie vorher die mission mschmecker ey jacuzela ja das kriegt man nur mit mona hin und mit vier personen jacuzela teamplay und los geht's leute ich hab sogar eine haftbombe annäherungsmitte auch ich hab ja alles vorbombe auch nicht mehr aber verabschied leute die korrekte die 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 Oh, let's go. Ab zur nächsten Mission. Ah, jub. Ah, jub. Ich natürlich überall Löcher auf meiner Seite. Ich hab Blutwunden. Aber jetzt kann ich dein Büro-Dreck machen. Next. Piss was. Hier ist noch ein Heli perfekt. Ich kann das nicht nehmen. Jo, alles gut bei dir? Hä? Der Chi ist ausgeteimt oder sonst irgendwas, weil sitzt noch im Helis. Ich hab ein S-Mail nebenbei offen. Er redet nicht mehr, er sitzt im Heli drin, also er macht halt gar nichts mehr. Ich kann nicht mal gut weggeben. Nochmal. Äh, das ist hier, ähm, M-Drick, nur dann auf Steel, glaub ich, da ging das, glaub ich, irgendwo. Ah, hier. Ich kann auch noch, wer irgendwo ging, da hat. Schwarzer, äh, schwarz, also bobs, hab ich. Apo, red, minus, willkommen streamen. Was geht da? So, sorry, Leute. Ich muss kurz meine Katze zu müssen geben, ey. Sonst hätte ich mir auf den Neffen gegangen, ey. Jo. Ja, das ist nur jetzt. Willkommen streamen. Viel Spaß auf jeden Fall. Wir spielen gerade ein bisschen GTA. Jo, Apo, red, wunderschön, da kommen wir streamen, wie geht's? Hallöchen. Ich hab' mir hingepackt, ich glaub, es hackt ihr. Hä? Ups. Er macht dir da im Bunker, wenn folgt mir direkt. Jo, egal, es geht. Ich putz, freu ich noch da. Ähm, ich wollte nur sagen, ich bin nur kurz ARK, ne? Oh. Ja, alles klar. Hast du das mit GTA 6 mitbekommen, ne? Ich hab' nichts mitbekommen. Was ist da? Du, ich brauch' wieder was zum... Da, wo ist die Frau noch mal? Die steht vorne am Tresen. Ja. Die blonde Frau am Tresen, ja. Oben, da wo du reinkommst. Ja, genau, da wo du bist. Wenn du deinen Nagel mitbringst, gib dir auch alles kurz los. So, dann nehme ich meine Waffen wieder. Munition hab' ich vorhin viel verballert. Sehr, sehr, viel verballert. Ohne wird sich auch, Alter, gefühlt nix mehr. Ich hab' alles voll wieder. Ich hatte 96 Kills vorhin, Alter. Wie war dich? Wie war's noch verachtet? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Alles leer, ey. Ich hab' mich voll gefressen. Mach' wieder alles voll. Bei mir ist nichts, ging's eigentlich. Ich hab' nur zwei, äh, hier Dinger gegessen. An gameplay wird bei... Im Mai 2020 das Liste-Datum von GTA 6 rausge... Ich weiß es nicht. Also... Ja, möglich wär's auf jeden Fall. Gebirge TH5 schon recht lange, ja. Ja. So, 2020 ist noch ein Jahr... Äh, ne, warte mal. Was laberst du? 2020. Ist dann ein paar Tage, Alter. Noch ein Jahr, Alter. Wo kommst du denn denn? Er aus dem Mars, oder was? Dinger, ich bin grad komm da auf... Äh, ne, ne. Dinger, frag dich, ich bin ein bisschen dumm. Kann ich nix zu. Ja, kann ich mir vorstellen. Wundernst du das? Wird im Mai? Werden im Februar mehr zu kommen? Ja. Ich bin mal gespannt, ob man da die, ähm... das Geld und Fahrzeuge von... denen er mitnehmen kann. Weil damals auf die, äh, PS3... Wo ich gespielt hatte, äh, bin ich leider zu spät gewesen. Das war nur ein Monat, diese Aktion. Wo man den Account von der PS3 auf den PC überschreiben könnte. Deswegen muss sie wieder von Null anfangen. Mann, ich bin ein Auto, was ich da hatte. Egal, jetzt haben sie wieder. Hahaha. Oh, was machen wir jetzt für eine Mission? Wo, keine Ahnung, also... Mir ist eigentlich relativ egal, aber ich mach alles mit. Mal gucken, was wir da starten können. Joa. Da warst du Hummel in den Arsch. Ja. Hahaha. Bleib gechillt, die Mission kommt gleich, alles gut. Weißt du, was er will? Torben. Weißt du, er will? Ja, genau so. Hahaha. Buh! Habt ihr euch erschreckt? Ja, auf jeden Fall. Wie? Ich hab einen E-Z-Cash vorgekriegt da, ne? Ja, ja. Guck mal, diese Topol-Russe, die geht alle auf den Nerven, ne? Die machen wir jetzt ein Kick-Wood. Oh ja, das ist gut. Wolltest du ein Kick-Wood irgendwas? Ja. Oh, rauswirfen. Hör mal, da steht ein Bier. Wo sehe ich denn das? Äh, Griffschrauben auf Escape. Bei Online. Online. Dann bei Spieler. Aha. Auf sein Name. Ja. Und dann, äh, äh, rauswerfen. Und so mehr Leute da dafür warten, und so schnell noch liegt er raus auf sein Lobby. Rauswerfen. Wer sitzt sich zu mir, ja? Ich nicht. Niemand. Also, an sich sind alle Missionen offen, ne? Alles ist frei? Hm. Ja. Außer, äh, Weltuntergang. Weil das haben wir grad gemacht. Ja, das haben wir ja gerade. Wir haben die... Ja. Ich war... Daten weg, glaub ich. Oder... Datensituation meinst du? Ja, ja. Ich glaube, äh... Das wär grad das Geilste. Auf die Zweite hab ich gar keinen Bock, und die Dritte haben wir ja grad. Ja, aber du weißt schon, dass der Ersch nicht so viel Geld reinbringt, ne? Schon. Wenn du super outbringst, dann 200.000 pro Nase. Ey, Mitarbeiter, was sagst du? Was würdest du machen, Erster oder Zweiter? Erster ist nice, aber weniger. Zweiter bringt ein bisschen mehr... Oder ganz einfach, wir lassen unsere Zuschauer, unsere Zuschauerinnen entscheiden. Was sollt ihr? Erste oder zweite Mission? Eins oder zwei? Könnt ihr entscheiden. Ich geh mal nah dran. Hier so. Ein... Also, das ist die Eins oder die Zwei? Ja, Tauben. Ja, Tauben. Ja, Tauben. Tauben sagt eins. Alles klar. Nochmal eins. Alles klar. Was kommt noch? Was kommt noch? Das ist auch die geilste Mission eigentlich. Die zweite ist so extrem langweilig irgendwie. Jetzt kommt das beste Boot hier. Aber was geht's überhaupt? Aber welche Mission? Ob die erste oder die zweite? Die dritte geht gerade nicht, weil die gerade gemacht hat. Bist das egal. Ja, ich weiß, deswegen mach ich drei. Okay, dann machen wir die erste. Die ist auch ziemlich leicht, ne? Haben wir auch zu zweit geschafft, ey. Ja, die ist easy. Nur die macht wenigstens ein bisschen. Was die zweite, das ist so... Keine Ahnung. Die ist todeslangweilig irgendwie. Bringt zwar was, aber... Da pennt man halb ein bei der Mission. Also, wir haben uns doch. Der vorher ist schon noch weg. Ja, das ist das gleiche wie gestern. Das hat da, dann starten wir und dann ist er weg mittendrin. Da hab ich gar keinen Bock drauf, Alter. Ja, 65.000 bezahlt dafür. Ja, ja, komm in, komm in. Warum ist der Drake da vorne? Hä? Ja, Schokolade und so. Wie hat passiert? Ja, dann schauen wir mal. Hier ist obere, mal... Ja, mal schauen. Ja, ich kann ja nicht starten, wenn einer AFK ist. Ja. Das ist es, ja. Hat er was gesagt? Wie lange hattet du gesagt, es ist 3FK, ne? Ja, da hab ich gesagt, ich bin kurz weg. Ah, ist lange weg, es geht kurz. Ja, ich bin gleich wieder. Ja, ne? Wir vergessen... Wir vergessen nicht eure 3 Minuten AFK, sonst wird er rausgekickt, ne? Sobald Anna fliegt, starte ich. Mir egal, wer es rausfliegt. Jetzt gehe ich raus und starte ich rein. Ha, ha, ha! Alter. Ich schreibe jetzt hier auch mal vor, zu wer soll kommen. Ja, Mann, was ist denn das? Der blockiert jetzt die ganze Leistung, das ist ja keine Zustände, ne? Kannst du nicht produzieren, so, Mann. Dann los! Dann los! Freue mir der nackt ihr! Wir machen die Mission auf, Freunde, und dann gehen wir zu Sula. Nach ein paar Runden zu Sula. Das ist der Eco-Shooter wie CSQ. Dann gehen wir auf unsere GTA-RP-Server. Ein bisschen dort spielen. Gucken, was da alles abgeht. Mal gucken, wie die Gangs schon aufgewacht sind, aus dem Ost sind. Dann schauen wir mal. Dann heute Abend auch, 22 Uhr, spielen wir wieder diese Euro-Games. Wie gesagt, ich habe die Grafik alles runtergeschraubt. Sollte eigentlich mit der Laschung funktionieren. Ein bisschen bewegen, nicht, dass ich rausfliege. Und dann wird's drauf. Sorry. Mein Weihnachten. Ich wollte es rausfinden. lieber man kämen wir hier an mich nicht weg ja ja man ist da habe ich reinteleportiert weil ich die erste mission angenommen hat da kommt automatisch hier ja gut keine aktivität kein nichts er war vor der bruder ich habe immer nachgeschrieben er soll kommen aber wirst du hier laden ja was er mal raus fliegt weg in afg dann kannst du reinkommen weil sonst die mission sind nur für vier spieler das ist es ja jungs habe ich nicht wieder schau mal was du haben macht schokolade und kohle und zigarette egal die putz wie gesagt die putzfrau freut sich da ein bisschen wieder so was zu haben was ich nie hier was los ich zu sie umsonst bezahlen sonst alter er verarscht ich gehe lalala lala lalala lalala weil ich möchte gehaben das tut keine leistung dieser welt gut wenn einer das ganze leistung stoppt frage ist halt ob er jetzt gleich wieder da ist oder so eine stunde wieder kommt ja wenn er keine zeit hat dann braucht er auch nicht reinkommen mal ehrlich da blockiert das ganze leistung das tut keine leistung dieser welt gut so oh endlich hast du mal gar nicht gelesen welche Nachricht auf Worte ja wenn jemand anderes mich mitnimmt gerade beim Fahren mit meinem Auto mit dir fahr ich nicht mehr kannst du knicken ich wach dich nicht mehr ja ich mochte dich noch nie also von dem her ja mein Auto ist aber auf wiedersehen auf wiedersehen hey kannst ja auch schreien aber ich nur bei full speed mit 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 ja wenn wir die Tankstelle rein donnern das war es mit unserem Leben ne passierte nichts ja doch wie wichtig war das das im Krankenhaus mit dem Helikopter ja das ist die Mission ok ja ja mir ist kalt mit er hat einen Gangangriff gestartet ja soll er falle ich geradeaus das macht er das geht es da auch geradeaus wuf war jetzt nicht mehr ja ja ich war ja wow egal geht die nächste rein wo sie 100 Meter rechts abbiegen oh die verstarb alles klar wum pumm pumm oh cloud jungs die leihen mir das mal aus ne ja schlack immer wieder ein wie so schlackt ihr alle aus läuft ich wollte mal vorne sitzen füttel die Copps ab Let's go Bock das nur aus Ich hab grad auf die Karte geguckt Du musst ja die Bulle abhängen Gehen wir unten irgendwo in einen U-Bahn Ich halte hier hinten dann den Rücken frei U-Bahn, U-Bahn, wo ist denn hier eine U-Bahn? Da vorne rechts, äh links, links Ich schieff die Bulle ab Ja da krieg ich immer mehr Sterne auf, dann haben wir U-B-Schrauben und alles So lange wir nur zwei Stände haben, ist alles gut Da klart der Haufs runter Mann, hapist euch Komm hinterher Ach ja, hier war das, genau U-Bahn ist gut Hier war unser Shop Für die Autos, genau Bring den Bullen weg hier Oh nein Dinger, bitte nicht der Jet Ach genau Und dann folge ich den Weg hier Einfach runter Ich fahr auf die Entschieden Bist du runter? Fahr auf die Entschieden, ja Alles klar Also noch nicht ganz unten, aber ich fahr gerade Jetzt bin ich fast unter, ich fahr gerade den Berg runter Und ich bin jetzt im Tunnel Ich auch Ich muss das schnell rein brettern wegen den Bullen Ich muss das schnell rein brettern wegen den Bullen Er macht das Rende aus, Alter, was ist los? Du brauchst nicht reinfahren, da kommt doch wieder zurück, wieso fährst du durch? Du kannst ja vorne da, wo der große Platz ist Wenn U-Bahn kommt, ist der Krankenwagen nach Marsch Oh, oh, fuck Bleemmobilstadt, wunderschön Wiedermann Äh, guten Abend Guten Tag, willkommen im Stream, Alter, wirst du sagen guten Abend, ne? Ich hab die Uhr nicht im Blick Ich mag mit dir Wiedermann Ich mag mit dir Wiedermann Vergiss es Ich mag mit dir Wiedermann Ich mag mit dir Wiedermann Ich mag mit dir Wiedermann Leute Jetzt schlag ein und dann los jetzt So, kann man die Ewigzeit wohl auch fertig werden Ja, wir haben noch viele Spiele im Programm, ne? Ja Oh, Gott, ne, das lauf, alter, lauf Ist mir scheißegal, diga Lauf einfach Oh, ne Oh, meine Güte, ey Einmal mit Profi Ja, ne Ich muss den scheiß kranken machen Weil die andere Spiele sind, die uns auf der Karte sehen Da hättest du keinen Bock drauf Ja, da bist du gejagt Genau, das ist nämlich der Punkt dabei Ja, kein Bock der Ewigkeiten zur Wahl, wenn einer da rausspringen Ja, aber wenn wir den Ja, wenn wir den Krankenwagen verlieren, müssen wir die ganze Mission vom Vorderanfang Deswegen Also einer von euch ein bisschen zu schwer, ne? Die Beschleunigung von der Corona ist ein bisschen für den Arsch Ja Zero? Was hast du gegessen? Weg da! Keine Zeit für euch Ist ja auch immer so klar Ja, ich bin auch da Ah, da oben ist der kranke Wagen Ey, die Krankenwagen und Berghof Der beste Kombination, ey Ja, ja Ich roll gleich rückwärts, ey Sag's dir Ah, oh, hopp Oh, mit dir Geht weh Stealing data Just doesn't have the same se S Wärten frage, dann koschenlosen Flug nach unten gemacht, ey Im bunker Wer parkt denn sein Kohuma so, dass man hier nicht mehr vorbeikommt? Äh, das hat man mich mal wieder gemacht. Lass mich durch. Ach, danke. Bitte. Ein schöner Stupser von hinten, ey. Na, tu mal ab, ey, da kommst du auf den Hut. So, dann kann man gleich die nächste Mission schnell starten. Nein. Was für ein Leid. Warum hast du Nein gesagt? Wer hat Nein gesagt? Ja, Mann. Wieso Nein? Ach so. Ich hab auch nichts gehört, also mach. Egal. Wenn ihr Munition braucht, könnt ihr gleich nehmen. Oh, wo ist Munition nochmal? Links und rechts. Oh, Alter. Mal Platz hier. Alter, mach dir nicht Dicke. Dicke. Oh. Oh, Munition für mich, Merci. Und Merci. Ja, bei mir ist ja alles leer. Vielleicht alles nebenan hier. Ja, wenn du alles in dem Bunker verteilst, dann ist das Ding nochmal leer. Ja, hast du recht. Du hörst überall an alle hier. Ach, der sieht's schon. Aber gut, dass du schon den Computer auch gefahren hast. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Jetzt die Dinger hier. Ja. Ist easy. Jetzt easy. Kann man starten? Ja. Ja. Alles klar. Oh. 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 Ich fahr mit meinem Auto. Lalalalalalala. Oh. 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 Du mein scroll ahh man was geht. Ja, die sind zuschauer. Aber die mission können wir nur zu fit machen, leider. Ja. Wir sind ja schon vier Leute. Nehmen es mir bloß jemand. Der Hydra. Der macht Auge auf uns, oder? Ja, alter. da war da hinten wie heißt er das ist der d1 mona mon und jemand in deinem fahrzeug achte c4 drin ich hatte es pippen da ist es bei mir unter mein fahrzeug ist nichts er hat einen sprengstaub in der hand rückwärts 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 jeder hat es auf uns aufgesehen denkt gar nichts mehr ja und er kriegt nicht mehr schaden auf sein flugzeug ne eigentlich hätte gleich in die luft gejagt werden soll wenn ich mit der waffe schieße da und wo wir dann einfach spawnen ja moin digga haha alle zwei hauschen ist der bunt ja ist er abgeschützt mit seinem scheiß hydra da vorne sind wir wie solche leute mich an kotzen alter deswegen macht gta5 multiplayer null bock langsam ehrlich spiel lieber auf mein server alter jetzt tut er mich auch noch abschissen hier oder man könnte auch gta auch in einer sitzen wo man nur mit einladung machen ja aber da kannst du keine mission machen er wird bestimmt auch nicht verrecken können bestimmt sein scheiß mord hat nicht mal sein set mit meiner waffe hier hat er schaden bekommen ja wo wir laufen müssen der ich hole mir ein auto warte kurz durch mechaniker an ich habe nur eine elegy aber scheiß drauf nee ich habe nicht mal den gewollt zerstört ok ich muss ihn wieder freischalten ich habe eins äh freigeschaltet ja dann hol eins jawoll sehr schön mann ich habe ihn mal geholt wer fährt ja wo ist dein fahrzeug ja der bäckte es mich an so weit er mich an die kenne hier der ist da ich bin jetzt mal ach so das kann ja keiner ja mister jörer laden lass ihn doch ist ja egal ich kann nicht ansteigen durch spätieren nur als beifahrer doch jetzt schon äh dann fahr ich direkt herunter ne fahren wir gar nicht ja ich will jetzt gleich melden und fertig wegen spielbeänderung spielbeänderung noch einer der vor einem monat sein account oh bye bye sagen kann ja online spieler spielbeänderung alles klar dankeschön und ich mache jetzt ein kickwort für die tante jetzt geht es ist ein ich kann nicht mehr ich will das ist das ist das ist so weit wir da sind mache ich das aber ich mache es jetzt noch mal kommt es hier auch weg nur der kuh den da auswerfen bin da was er hätte sie gegenseitig die geben sich gegenseitig sauer ist das ist gut wenn er den ablenker sich zu uns ist ja so dass er aber egal wenn wir die fahrzeuge oder sonstiges zu der base bringen müssen das war mit kratzer gebrauchsspuren oder was genau da muss man jetzt die autos klauen doch hier wird der scheiß fahrer stehen bleiben würde konnten wir gescheitig schießen hier fahr ein bisschen nach hinten der eis halber am ergang glaube ich oder ja ja der rest machen wir zu fuß habt den schlüssel direkt trotzdem muss ich mal alles säubern und sie das wollen wir ja kommen haben wir die idioten Da gibt es eine Waffe, ey. Deck ist alles clear. Achtung, wenn ich reingehe, hier sind wir nochmal Gegner. Da rein oder was? Ja. Ah, so ein Gegner, Achtung. Einer vorne und einer gleich links hinterm Auto. Sind alle da, sind alle da. Alles klar. Ey, wer ist das denn? Ich fahr nicht raus. Ich bleib hier drin so lange, bis das da draußen aufhört zu knallen. Ey, ist keiner draußen. Wo gehen die überhaupt? So, der Karte eingezeichnet. Eier. Eier. Eddie läutet. Aua. 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 Wir hassen's bald mal. Also, Auto-Farbenwechsel und dann oben bringen, ne? Jo. Was für Farbe? Ja. Ja. Einfach in der Wechsel hat eine Farbe, äh. Also, irgendeine andere, oder? Ja, irgendeine Farbe. Egal. Du musst eh nicht zahlen für die Farbe an deinem Fahrzeug. Mach schneller, du Oba. Da, bin schon da. Du hab alles einmal durchgeklickt und fertig. Lackierung. Ja, keine Ahnung. Ja, du kannst auch jetzt schon rein, ne? Du musst da irgendwie nicht vorwarten. Eben. Ja. Ich hab jetzt... Ey, eine... Was für eine hässliche Farbe hab ich da gedacht. Das ist so hässlich. Das ist so hässlich, Anna. Einmal in der Chat. Ehrenmann, liebe Freunde. Unser lieber Mr. Yolo Laden, ne? Dass er die... ...den... 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 ...de... ...de... ...den... 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 ... ...den... 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 ... ...den... ... ...den... ... 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